Man weiß ja nie. Wir haben ja bereits erfahren, dass Julian Büscher, 27, einen besonderen Fäbel für Nagelknipser hegt. Jetzt gibt's was Neues aus der Kategorie. Die Spleens des Julian B. Denn es gibt eine Sache, die der Verlobte von Sarah Lombardi, 28, immer in seine Tasche stopft, sobald er vor die Tür geht. Pfützen lauern überall. Ohne was würdest du niemals aus dem Haus gehen? fragt Sarah. Während sie ihrem Julian in die Außentasche seiner Teddyfelljacke greift und das Ganze für ihre Instagram-Story festhält. Hervor zaubert sie ein weißes Knäuel, das sich als ein paar Socken entpuppt. Denn, wenn du in eine Pfütze trittst heutzutage, zack, ich hab immer neue Socken dabei, erklärt der Profikicker seinen Lifehack stolz. Ja, ist klar, ob er die Ersatzsocken wohl auch dabei hat, wenn er mit Sarah vor den Traualtar tritt? Man weiß ja schließlich nie. Ja, sind total. Musik 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 Musik